Und wenn ich an Stadt denke und Bürokratie dort, dann denke ich manchmal auch an vielleicht nicht ganz so gut bewässerte Grünpflanzen und deswegen heiße ich jetzt die nächste Gruppe oder die erste Gruppe, die hier eröffnen darf, herzlich willkommen, die hat dafür nämlich eine Lösung parat. Kommt gerne auf die Bühne, Egor, Joscha, Leno und Leo. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem Projekt Found Your Brand. Wer sind wir? Wir sind Egor, Leo, Joscha und ich, Leno. Wer kennt's nicht? Ihr fahrt in den Urlaub und habt zu Hause Pflanzen. Was passiert? Eure Pflanzen sterben ab. Also haben wir uns gedacht, dass wir ein Bewässerungssystem bauen. Genau, wir wollten damit das Problem lösen, dass herkömmliche Bewässerung nicht optimal ist, außerdem führt es zu Ressourcenverschwendung und manuelle Bewässerung ist sehr arbeitsintensiv. Hallo, hallo. Warum eigentlich Find Your Plant? Es ist ein automatischer Bewässerungsautomat und er reduziert den Wasserverbrauch, da die Pflanzen immer nur so viel Wasser verbrauchen, wie sie wirklich halt brauchen und nichts irgendwie unten wieder rauskommt. Es ist auch gut für die Pflanzengesundheit, weil Pflanzen nicht übergossen werden und es halt nie dauerhaft zu viel Wasser kommt oder dass die Wurzeln zu viel Wasser bekommen. Und es spart Zeit, weil du musst halt nicht immer die Pflanzen gießen, sondern es passiert alles vollautomatisch. Es ist auch gut für Nachhaltigkeit und es macht Landwirtschaft zugänglich für alle Altersgruppen, weil man sich nicht mehr so viel damit auseinandersetzen muss. Nun zeigen wir die Hardware. Wir bräuchten jetzt die GoPro, dass man es hier auch an der Seite sieht. Ja, genau, das hier ist die Hardware, das heißt damit wird die Flan... Du musst die Kamera drauf halten. Das heißt, damit wird praktisch gegossen. Das hier, das steckt man in die Erde, das misst die Feuchtigkeit der Erde und dadurch kann dann gegossen werden, wenn das Gerät praktisch merkt oder es hat zu wenig Wasser. Das hier, das misst, wie viel Wasser noch im Tank ist und wie viel es noch zu verbrauchen gibt. Genau, hier, das sieht man jetzt schlecht, komm mal ran. Das da unten, das mit dem QR-Code drauf, das ist die Pumpe. Hier die beiden Schläuche, womit halt gegossen wird logischerweise. Jetzt können wir das hier mal aufbauen und das Ihnen zeigen. Also der blaue Becher simuliert jetzt einen Blumentopf und der grüne ist der Wassertank. Genau. Genau, und jetzt beginnt es hier schon zu laufen. Genau, hier, jetzt. Tatsächlich, jetzt ist es was. Jetzt ist es wieder feuchter hier unten und jetzt steht hier, halt es mal drauf, alles Bongo. Also die Pflanze ist wieder feucht genug. Wie funktioniert das eigentlich? Zuerst checkt das System hier, ob überhaupt noch Wasser im Vorrat ist. Wenn nein, dann gibt es eine Warnung, man soll das Wasser nachfüllen. Wenn ja, dann wird als nächstes gecheckt, ist der Boden denn überhaupt nicht feucht und man muss gießen. Also wenn der Boden nicht feucht ist, dann macht er die Pumpe an und macht den Boden halt feucht, solange bis der Boden wieder feucht ist und alles gut ist. Jetzt hier den QR-Code könnt ihr scannen. Also das führt zu unserer Website. Also hier sieht man die App. Wir haben hier eine große Datenbank mit verschiedenen Pflanzen. Die sind eingeteilt in Pflegeaufwand einfach, mittel und eine sogar noch hoch. Es ist nur eine hoch, weil wenn du halt diese App brauchst, bist du wahrscheinlich noch ein Anfänger, bei sich um Pflanzen kümmern und willst deshalb wahrscheinlich noch keine schwere, aber eine haben wir trotzdem gemacht. Genau. Hier steht schon, wähle deine Pflanze. Du kannst jetzt auf eine Pflanze klicken und dann bekommst du alle Informationen zu der. In dem Fall jetzt Büschelmoos. Da steht dann der lateinische Name danach. Wie oft dir gegossen werden muss, Lichtbedarf, eine Beschreibung, Pflegeaufwand, in dem Fall niedrig und noch Pflegehinweise, wenn zum Beispiel was besonders beachtet werden muss beim Pflegen. Und wir haben noch ein kleines Easter Egg versteckt. Hat schon jemand von euch gefunden? Wahrscheinlich noch nicht. Ja, okay. Also wenn man hier oben... Ja, oben ist dann auch noch so ein Erklärvideo zu den Drachenfrüchten, weil da was besonders beachtet werden muss. Aber oben links, wenn man da auf dieses Icon drückt, dann kommt man hier hin. Also von Profis empfohlen. Genau. Und jetzt machen wir weiter mit der Präsentation. Als nächstes kommt, was wir in der Zukunft noch ändern wollen. Also wir wollen auf jeden Fall zu jeder Pflanze ein Foto hinzufügen, dass man halt weiß, wie die Pflanze, die man haben will, aussieht. Wir wollen eventuell, wie jetzt schon bei der Drachenfrucht, aber noch mehr Videos machen, falls was wirklich Besonderes beachtet werden muss. Wir wollen noch mehr Easter Eggs einbauen und wir wollen Filteroptionen hinzufügen, dass man einfacher zu seinen Pflanzen kommt, die man will. Genau, jetzt haben wir noch Fazit. Hier kann man all unsere Fazits zählen und jetzt wird euch noch erzählt. Genau. Also der Fazit zwei ist, dass wir ziemlich viel gelernt haben in diesem Projekt, dass wir noch das gebrauchen, später vielleicht, und es noch lange uns begleiten wird. Genau, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch viele Dinge gelernt. Es wird mich auch noch sehr lange begleiten und ich fand es einfach eine coole Gruppe. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr schön, neue Leute kennenzulernen. Generell war ich in einer sehr coolen Gruppe. Ciao. Vielen Dank, das war's. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Noch nicht wegrennen, bitte. Ich habe doch noch ein bisschen was für euch vorbereitet. Kann man meinen Bildschirm auch wieder sehen? Ah, wunderbar. Seht ihr nämlich noch einmal? Egor, Joscha, Leno und Leo. Ich finde, ihr wart immer eine sehr lustige Gruppe. Ich habe euch immer da hinten gesehen, am Hardware-Tisch und ihr wirktet einfach immer sehr, sehr entspannt und man glaubt euch das auch wirklich. Wir haben das nicht vorher natürlich nicht gesagt, dass sie sagen, wie toll es ist. Haben wir wirklich nicht. Ihr habt ja mit Hardware gearbeitet. Gab es da irgendwelche besonderen Schwierigkeiten, die vielleicht die anderen Gruppen gar nicht mitbekommen haben? Ja, vor allem gegen Ende heute noch, da hat dann was bei der Hardware nicht funktioniert. Also hier, das hat nicht mehr gepumpt und alles und das hat die ganze Zeit hier geflackert. Also tatsächlich, sobald der Akku all war, hat es einfach die ganze Zeit an und aus. Ja, das war noch so eine der größten Schwierigkeiten. Sonst ging es eigentlich so von der Schwierigkeit her. Reno hat mir noch das Löten beigebracht. Oh, das ist ja auch super. Genau, wir hatten auch ganz viel Hardware hier. Danke nochmal an Gregor vom Kids Lab Augsburg, der wirklich mit einem VW-Bus voller Hardware und Lego und Bastelkram hierher gekommen ist. Das ist wirklich super. Vielen Dank, Gregor, nochmal an dich und du hast ja auch das Projekt tatkräftig unterstützt. Ich habe noch eine letzte Frage an euch. Und habt ihr eine Lieblingspflanze von denen, die ihr da habt? Und welche hat den lustigsten offiziellen Namen? Gibt es eine, die euch aufgefallen ist, die so richtig lustig klingt? Drachenfrucht. Drachenfrucht findet ihr lustig? Ja, also Drachenfrucht ist so unsere Gruppenlieblingspflanze. Und ich habe da ein bisschen durchgescrollt und gesehen, es gibt eine, die heißt Affenbrotbaumpflanze. Also hier gab es auch mehrere verschiedene Arten davon und die klingt relativ lustig. Super, wunderbar. Vielen Dank, dass ihr euch getraut habt, als erstes zu präsentieren. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus